Lass ihn schauen! Feldflasche war langsam und gesonde. Lass uns erst mal Flak kriegen, Fatih. Fatih! Fatih? Ich nenne dich die ganze Zeit über Fatih. Du hättest nie Dragon Ball mit mir schauen sollen. Fatih! Wenn du sagst, dass es Mobbing gehabt hat, hast du voll recht. Ich würd's nicht sagen. Seafels gekommen. Papa, ich bin recht zu Hause. Ach du hast Schmick? Ich lass den Wolf gleich stehen. Ach, genau so für mich. Ach, genau so für mich. ich habe eine blume haben wir jetzt auch als schluss da hinten er hat noch ein ganz kleines bisschen nahrung wir wollen uns aber ein absoluter hochwertige stammina ich will wieder mein pfeffer licht ich glaube die können wir uns auf der map hier gar nicht holen wahrscheinlich nicht mann kerl in 2 3 wir haben nur 8x 130 3 und schlafen schlafen schluss 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 über rome fisch mit hätte ich auch gern da ist das fliegende viehstoff fliegervogel normalerweise schläft der wendem immer an die hürze glückst es spielt was ist das willst du Egal, nein. Du willst das halt Diploma. Hol ich mir jetzt wieder eine 50er Moshoffs. Muss ja nicht viel können, muss nur Narkosebären sammeln. Ich glaube, ich schieße ein Ding uns wirklich an den Kopf. Irgendwo hier müsste ja ein Hai sein. Oh, direkt hier am Ding uns. Jede Menge. Ich habe sogar getroffen. Ich kann auch keine großen. 36. Ich bin Level 30. Ich bin Level 31. Hätte die Klappe. Immer noch in der Seite. Was? Ich war gar nicht weggeflogen. Ich habe doch gesagt, Jacqueline hat den Aim von der Karotte. Nee, nee. Ich habe nicht getroffen. Nee, nee. Ich habe getroffen. Den sich direkt verteidigen muss. Komm her. Komm her, du Hai. Komm her. Ich haue dir Omm. Ich haue dir Omm. Ich haue dir Omm. Die beiden werden so fett bifarben. Oh, noch mal ein Zuschauer. Hallöchen. Oh, hier sind Siliziumperlen. An die Zuschauer. Ihr dürft auch gerne was in den Chat schreiben. Das fänden wir total toll. Dann hätte nämlich Killer Vibe was zu tun. Was? Die Leute wieder stalken? Zum Beispiel. Komm her, du Hai. Komm nicht her. Ich ertrink gerade. Wenn du mich da abkommst. Wenn du mich da abkommst. Warum kam ich wieder in die Nähe von Nam Tritta weg? das wird genau passen. Langsam geht es mir auf. Zuvor weg, zuvor wieder da, schreibt doch mal jemand was. Was? Wenn jemand in den Chat schreibt, fängt Killerweb an zu tanzen. Bringt nix, wenn man's nur zieht. Flick! Mehr Flick! Warum wollt ihr alle nur beim Fisch mieten? Können. Papa, wir müssen ein Hai erlegen. Erleg einen. Geht schriftlich, wenn wir alle wegrennen. Ich sag's dir ja ungern, aber du hast einen Schacklinge-Krossbogen, nicht mir. Papa, du kannst ja selbst einen Crossbow bauen. Willst du meine? Nee, alles gut. Ich bin grade am Bau, da baue ich den nicht. Du könntest mit mir ganz kurz übern Hai fahren, damit ich den streicheln kann. Ja, streicheln. Ist das nicht am Streichelzoo oder was? Ja. Noch nie ein Hai gestreichelt. Du bist ein Dodo-Ei. Wenn ich das aufhebe, fressen die Dodos mich dann. Ja. Echt? Jetzt end's zu wenig. Ja, dann komm schon mal an's Schiff, dann fahren wir gleich. Bin schon auf dem Weg. Lass mich erst mal ein Ding und es abschieben. Ich würd dir einen Crossbow bauen, aber wir haben kein Holz. Gesundheit? Oh, ist das gut? Jacqueline, behalt den Crossbow, du stirbst sonst. Zum Thema, Jacqueline. Komm her. Ja? Ist das? Warum steht der jetzt auf einmal willkommen im Chat? Gesundheit. Hat hier nochmal rausgestanden? Und jetzt muss ich vorsichtig sein. Warum? Weil ich gerade die letzte Blume gegeben hab. Ach, hält das wirklich nur so lang? Vielleicht amal, weißt du, bisschen. Drei Sekunden? Nö, ne Maul soll das länger. Wär eher zu drei Sekunden gehalten, ne? Das ist schade. Warte mal. Warum? Pfeilerholz? Nee. Warum nicht? Komm mit. Drei Sekunden, ich muss Pfeiler bauen. Das ist zumindest mal ein sehr hässliches Schiff. Ja, du hast schönere gebaut, Sophie sicher. Achtung, dann warst du vorbeigelassen. Ich wollte voll trinken. Aber ich bin stolz auf dich. Weißt du, was ich da machen kann? Richtig, ne kurze Mitte. So, alles an Bord. Ja, ich bin schon unterwegs. Ich bin ja leider ein bisschen da. Bin da. Ich hab lieber abstehen. Äh, ja, ich hab das Gefühl, die fällt dann vom Floß. Nee, ich hab's extra so gebaut, dass es mir nicht runterfallen kann. Papa, du weißt ja auch, wann Steine hängen geblieben sind. Was machst du? Umdrehen. Warum drehst du dich um? Papa, würdest du da nicht so dumm im Weg stehen? Ich triff das wie ich nicht. Da war was mit dem Ei, gell? Ja. Die große Klappe, nix dahinter. Halt! Halt! Hab ich nicht. Lach mich bitte wieder drauf. Ja. Ja, musst du. Ja, musst du. Jetzt kommt da wieder zu, ob uns zu. Pa, du schon mal, ob uns zu. Ah ja, ihr Captain. Wo schon du. In der Nähe von dem Felsen. Und da haut er mir wirklich noch Annie an die Ohrme. Ich hab ein Haar gelegt. Bist du stolz auf mich, Papa? Ich hab mir geholfen. Nein, hast du nicht. Wo bist du? Hinter dir. Jetzt frisst mich noch ein Haar, sag ich dir. Jetzt frisst mich noch ein Haar, sag ich dir. Ist gut, wenn du. Auf nach Hause. Auf zum Atmen. Was wollte der 150er nochmal? Sieht doch nicht. Nee, der, wo du ähm gefunden hast. Äh, ja. Kannst du das auch seltene Blumen machen? Seltene Blumen, seltene Pilze und so hab ich ja jetzt. Geh ihn suchen. Ich geh ihn jetzt im Leben nicht suchen. Dann kannst du mich mal. Das Jacqueline ist erstaunlich ruhig. Hat die irgendwas im Schilde? Hat die irgendwas im Schilde? Ja, hat die irgendwas im Schilde? Noch nie was im Schilde gehabt. Zähme ich dich. Wir chasen sind aber auch verdächtig ruhig. Ja, Slea hat gesagt, ich soll dich noch zu halten. Ist doch so einfach. Ich sag hier auch. Ich zähle mir jetzt einfach jeden. Das ist sehr relevant. Verboten. Ich guck mal, was ich verboten habe. Das mach ich gleich. Wo ist das Grindstone hin? Den hab ich gegessen. Ich glaub, der hat Jacqueline geklaut. Toll. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Grappe, guck auf, wo er jetzt so ins Schiff passt. Da hinten wieder Ready to Eat. Die sind dann überhaupt kein Prischmied. Das habt ihr alle. sehr praktisch sowohl ja was was gott, einen Muschus habe ich. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.